Da haben wir gerade das Rätsel gelöst, zusammen mit dem Chat. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sind drin. Ich dachte irgendwie, wir könnten unseren Erfolg mehr... auskosten. Also hör mal. Und wie ich das auskoste. Das darf ich mir jetzt sicher ewig anhören. Wo sollten wir mit der Suche beginnen? Keine Ahnung. Wo würde sie wohl die persönlichen Gedanken anderer verstecken? Die Nähstunden waren die schlimmsten. Sie hat all unsere Kleidung genäht. Sie brauchte unsere Hilfe. Und ich bin ganz froh, eine gerissene Nahrung nähen zu können. Oh. Hier am Fenster stand sie also und hat uns heimlich beim Spielen gezeichnet. Sie hatte uns immer im Blick. Mich hat's gerade richtig gefröstelt. Ich dringe nicht zu Ihnen durch. Was auch immer los ist, ich komme nicht an Sie ran. Sie haben mir früher alles erzählt, aber Sie blocken mich ab, Tessa. Sie machen dicht. Ich habe gerade so viel um die Ohren und... Sie sind überzeugt, dass ich Ihnen Böses will. Keine Ahnung warum. Ich brauche sie. Meine beiden kleinen Kobold. Ich erinnere mich. Sie hat geweint. Wir haben an der Tür gelauscht. Sie so zu sehen. Als ob sie noch hier ist. Das... Es ist zum Kotzen. Sie war ein psychisches Wrack in den letzten Monaten. Oder? Ja, das war sie anscheinend. Und trotzdem hat sie ihre Kinder geliebt. Das wollte ich mal lesen. Aber die Kapitel waren ganz durcheinander. Ist der Autor nicht durchgedreht oder so? Klar, das ist Marianne gefiel. Hier am Fenster stand sie also und hat uns heimlich beim Spielen gezeichnet. Sie hatte uns immer im Blick. Mich hat's gerade richtig gefröstelt. Direkt in den Müll? Nee, das können wir im Internet verkaufen. Stimmt. Vielleicht dann irgendwelche Typen, die Clown-Gemälde von Serienkillern sammeln. Oh, so schlecht ist das gar nicht. Sie und Tessa waren beste Freundinnen. Bis es plötzlich vorbei war. Was ist passiert? Entweder hatte Tessa genug von Mariannes Launen oder Marianne von Tessas Rumgemäkel. Hier ist es. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie's gelesen hat? Na klar. Sie war so neugierig. Ich hab's gewusst. Tyler. Tyler. Was? Guck mal. Was? Wo hast du das her? Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tyler, komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Ja. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Okay. Dann mal los. Ist alles ab? Ja. Es sieht echt toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Alice. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie... wie dein Bruder. Bruder, Schwester. Wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Mom? Mom? Oh nein. Oh nein. Sehen wir jetzt, was passiert ist. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Das ist falsch. Das ist so falsch. Scheiße, du bist doch! Schön, dass du es wieder hast. Fände ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt. Ich war ihr Kind. Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie... Sie war keine Hilfe. Sie... Es ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Alison, sie kannte mein Tagebuch. Sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler. Sicher. Vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler. Ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Das ist alles? Sie war verrückt? Und das war's? Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Sie tun, als hätt's die Nacht nie gegeben. Was ist mit Tessa? Sie war Mariannes beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. War. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaub ich dir nicht. Ich wär gern auf derselben Wellenlinge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen's hinter uns. Wir haben das Buch gefunden. Das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten drei Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor drei Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Echt. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott. Ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Alison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich hab ein paar gedatet. Ich brauchste einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja. Ergibt es. Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne. Aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay. Deal. Allis Tagebuch. Es ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet. Bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab. So wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Ja, sind wir bereit, in das Buch zu schauen? Ich glaube, wir müssen. Mom und Alison haben wieder gestritten. Wenigstens schreibt Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Elli meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen, weil ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Gestern bei Bobby Star Worsk angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Zoom, Zoom. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen. Aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nichts geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. Tu dies, tu das, ich kann ihre Stimme nicht mehr hören. Und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Ich denke, wir sollten aufbrechen. Schon genug von der Aussicht? Gar nicht mal so leicht zu entspannen und zu genießen, wenn man so viel Zeug im Kopf hat. Geh vor. Ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch fünf Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? Fünf. Vier. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. Drei. Zwei. Sam! Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Hab ich mit dir geredet? Sam! Nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Mein Bruder. Dein Bruder? Oh, scheiße. Ich hab davon gehört immer. Ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Komisch. Du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Oh, Mann. Wie antwortet man da jetzt drauf? Weißt du, ich versuche ich selbst zu sein. Ich bin ganz einfach so. Naja, im Fernsehen hab ich ein paar weibliche Transvestiten gesehen, aber nie einen männlichen. Sam, so sagt man das nicht. Was denn? Transvestiten? Ja, es heißt Transgender. Transgendermann. Es tut mir leid. Schwer in Dallas Crossing den Überblick zu behalten. Hm. Die Welt dreht. Nicht ohne uns weiter. Schon okay. Wechseln wir einfach das Thema. Das klingt gut. Tyler. Danke, Sam. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich hab für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter sie war. Was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als... Na ja. Was sie bekommen hat. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh, ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb hab ich geholfen, den Ortchen standzuhalten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut, nicht. Das ist alles, was bleibt. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass... ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber... vielleicht... auch ein paar guten. Ähm... Ella. Hörst du mich? Tai. Das sollten wir nicht machen, wenn wir gerade mit jemandem sprechen. Der ist stockbesoffen. Keine Chance. Er ist immer stockbesoffen. Naja, wer weiß. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hör auf. Unsere Familie wirkt eh schon seltsam. Ah. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein. Ah. Okay. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist. Da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das trefft dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Was? Wann? Hör ich nicht. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel. An ihrer Schlafzimmertür. Ah. Ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen und gab dir keine Ruhe. Habt ihr's gelöst? Ja. Wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Ich... Also... Jetzt kennt ihr alle Geheimnisse eurer Mutter, was? Hm. Sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Zur Besoffen ist da keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut. Wir müssen noch einkaufen und... Onkel Eddie erwartet uns. Also... Okay. Ja, natürlich. Na, dann los ihr zwei. Ähm... Sam? Wir müssen alle los. Oh. Natürlich. Ich hab hier auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Und ihr wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Wer? Sam? Ähm... Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich. Die gehören euch. Dieses Haus hat... Eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so. Als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will. Huh? Oh. Ja. Naja. Passt auf euch auf. Ihr beide. Bitte. Hey, wir... Haben echt ne Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. P OVER. Hey! Ja, Leute, das war dann auch schon wieder eine Folge Tell Me Why. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Entschuldigt den kleinen Unfall am Anfang der Episode. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin verbleibe ich, euer Sven. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017